Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 31. Oktober. Heute dabei natürlich der Apple-Event. USB-Typ C, Vimeo, Gboard und Waze. Ja, großes Thema war der Apple-Event von gestern, der auch mal extrem früh lief und zwar um 15 Uhr deutscher Zeit, denn er lief in New York und auch dort war er früh und dann haben wir auch noch die Sommerzeit, wo wir eine Stunde unterschiedlich sind, derzeit zu New York. Von daher, 15 Uhr hat viel überrascht, mich unter anderem auch, aber ich konnte es mir angucken. Was wurde vorgestellt? iPads haben wir erwartet, iPads haben wir auch bekommen, allerdings auch nur iPad Pros und die in zwei neuen Größen und auch mit einem komplett neuen Design. Sprich, die sind nicht mehr so wie früher, eben nicht so gerundet, sondern eher eckig in Anführungsstrichen oder ja, ist schwer zu beschreiben. Wahrscheinlich habt ihr das eh schon im Netz gesehen, erinnert mich auch mehr an den Mac Pro, der ja auch so einen ähnlichen Formfaktor hat von der Dicke, wenn man es so nennen möchte. Ansonsten haben die ein relativ rahmenloses Display und auch kein Homebutton mehr, also praktisch wie ein iPhone X aufgebläht. Ja, das bedeutet natürlich Face ID und dadurch, dass die halt dieses neue, ja kantige Design haben, gibt es auch einen neuen Apple Pencil. Der ist auf einer Seite abgeflacht, den kann man einfach magnetisch da dran daggeln und das Beste ist, der lädt dann automatisch kabellos. Das ist sehr gut, denn der alte Apple Pencil, der war ja über Lightning und das war jetzt nicht so dufte, das hätte oder ist wahrscheinlich auch bei einigen schnell abgebrochen und Lightning hätte eh nicht mehr funktioniert, denn, tada, damit hat glaube ich kaum einer gerechnet, die neuen iPad Pros haben USB-C. Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ich finde es gut und ja, irgendwann wird es die iPhones auch treffen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die alten iPad Pros sind immer noch im Programm, zumindest eines, kann man immer noch kaufen, ist ein bisschen günstiger geworden. Ja, so viel zu den iPads. Was hatten wir noch? Wir hatten ein neues MacBook Air, das war ja auch schon lange überfällig, das bekommt jetzt ein Retner-Display und logischerweise auch USB-C. Tastaturen, ja, wie sie jetzt bei den MacBook Pros auch üblich sind, mit der Butterfly-Technologie. Ich glaube, das war jetzt die dritte Generation, hat 13,3 Zoll, schönes Gerät, wird bestimmt genug Fans bekommen. Und auch, was lange überfällig war, der Mac Mini wurde geupdatet, entsprechend auch USB-C, glaube ich vier Stück hinten, USB-A waren zwei diverse andere Anschlussmöglichkeiten und den kann man richtig hochpowern, ja, das war es auch mal, würde ich sagen. Wenn ihr da eh im Thema seid, dann habt ihr das wahrscheinlich eh schon alles mitbekommen. Wenn nicht, guckt es euch an, es gibt noch Links. Wir haben einen schönen Link zum Kashi, der hat auch vor Ort alles testen können und gibt euch da eine sehr gute Übersicht. Und kleiner Hinweis zum Ende, wenn ihr das iPad Pro, also das neue, total ausmachst mit 1 Terabyte und Cellular und alles, dann seid ihr bei 2200 irgendwas US-Dollar und dann habt ihr immer noch nicht den Apple Pencil und das Tastaturcase, was es dafür gibt. Joa. USB-C, habe ich ja gesagt, kommen wir nochmal zu, das wurde zwar nicht angekündigt auf der Apple Keynote, auf dem Apple-Event, wie man ihn auch nennen möchte, Apple-P wurde übrigens auch nicht bekannt gegeben, also für Deutschland, da hat aber auch echt, glaube ich, keiner mit gerechnet, also für so ein Event, jetzt extra Apple-P für Deutschland. Eventuell morgen beim nächsten Call, wissen wir mehr, ja, aber zurück zu USB-Typ-C, wurde auch nicht bekannt gegeben, es gibt zwei neue Adapter. Hey, es gibt ein USB-Typ-C auf 3,5 mm Klinke, ja, den kennt ihr noch als Lightning-Adapter, der lag ja früher sogar bei, bei den letzten iPhones, bei den aktuellen nicht mehr. Ja, und jeden Adapter gibt es jetzt eben mit USB-Typ-C, passenderweise natürlich logischerweise für die iPad Pros, aber der sollte auch an einem MacBook funktionieren. Macht aber jetzt auch wenig Sinn, weil das MacBook Pro und auch das neue MacBook Air haben beide noch einen Kopfhörerausgang. Naja. Welches gab es noch? Noch einen Adapter, und zwar ein USB-C auf SIM, nicht SIM, wollte ich sagen, USB-C auf SD-Kartenlesegerät. Ja, der SD-Karten-Slot ist ja bei den MacBooks weggeflogen, wollte ich sagen, weggefallen. Heute habe ich es auch mit den Worten und wurde halt auch wirklich vermisst, glaube ich, von vielen. Und jetzt hat Apple einen eigenen Adapter im Angebot für stolze 45 Euro. Da bekommt man bei Drittanbietern schon dufte Docking-Stationen, die man sich an die Seite drandalen kann und hat da noch mehr verschiedene Kartenslots und andere, ja, Ports, die man eventuell benötigt. Also von daher vielleicht mal drum herum gucken. Das Gute hierbei ist natürlich auch der USB-C auf SD-Kartenleser. Der ist natürlich auch für das iPad Pro gedacht, der dritten Generation, funktioniert aber natürlich auch auf einem MacBook Pro und wahrscheinlich auch auf einem MacBook Air. Soviel aber zum Apple-Event. Jetzt gehen wir mal zu Vimeo. Das ist ja der ehemalige YouTube-Konto-Konkurrent, sag ich mal so, also eine Videoplattform. Bei Künstlern auch sehr beliebt, gibt auch ein Abo-Modell und wenn man nun ein Abonnement hat, dann kann man jetzt von dort auch direkt zu LinkedIn Publishing. Das konnte man schon bislang zu YouTube, Facebook und Twitter und jetzt kommt LinkedIn dazu. Und Publischen heißt eben, glaube ich, dann eben nicht nur einen Link zu schicken, sondern wirklich die Videofunktionalität der Plattform nutzen und das Video dort richtig veröffentlichen. Ja, schöner Push. LinkedIn will ja mehr mit Video machen. Für Vimeo weiß ich nicht, ob das es wirklich so bringt oder ob die Leute da nicht eh nativ drauf laden und ob der Zug mit YouTube bei denen schon abgefahren ist. Google, die haben ja das Gboard, eine Drittanbietertastatur fürs iPhone und auch für Android-Geräte, wo ich ein riesen Fan bin. Ich nutze das, glaube ich, seit es rauskam und da wurden im Sommer Mini-Sticker vorgestellt, wo man sich selber fotografieren kann. Da wurde ein Sticker daraus erstellt und den konnte man dann rumschicken. Das wird jetzt erweitert, denn es gibt jetzt Emoji-Minis und auch wieder macht man ein Foto. Die künstliche Intelligenz verwandelt einen dann in ein Emoji und nicht nur in eins, sondern in diverse unterschiedliche Emojis und die kann man dann mit dem Gboard verwenden. Ja, anscheinend braucht man das heutzutage. Apple hat ja die Emojis, Snapchat hat die Bitmojis und Samsung hat da ja auch was. Also guckt euch an, wenn ihr Spaß dran habt. Das sollte jetzt verfügbar sein für iOS und Android im Gboard. Letzte News für heute, Waze. Das ist ja die Navigationssoftware von Google, logischerweise neben Google Maps mit der Navigation. Google Maps hat vor kurzer Zeit noch die Möglichkeit bekommen, direkt aus der Navigation Musik zu steuern und das jetzt auch für Waze steht diese Funktion zur Verfügung. Die hatten bislang schon eine Zusammenarbeit mit Spotify und die bekommen jetzt auch diverse andere Partner, allerdings unterschiedlich auf Android und iOS. Ein paar sind nur auf beiden Plattformen, ein paar nur auf der einen, ein paar nur auf der anderen. Wir haben eine schöne Tabelle in den Shownotes, wenn es euch interessiert, wenn ihr Waze benutzt. Ansonsten probiert es einfach aus. Ihr habt jetzt mehr Musikmöglichkeit dort. Ja, und das war es. Also kommt gut durch den Mittwoch. Feiert schön Halloween, wenn das für euch ansteht. Denn ja, für viele steht es eben an. Und ja, eventuell hören wir uns morgen wieder am Feiertag. Also ich glaube schon, dass wir das machen sollten. Dann habt ihr wieder ein paar News. Und bis dahin, ciao, ciao. Bleibt positiv. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.